servus leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiter folge von drackensang online ok das war gerade ein popol den ich hochgezogen habe aber ist ja auch egal jo moin alles gut und ich starte einfach nicht neu weil ich keinen bock drauf habe und zwar leute wir befinden uns gerade in irgendeiner komische hölle hier warte ich sag euch vielleicht den namen das ist der selgenkerker auf schmerzhaft also keinen zwischenmeld oder sowas in der art sondern hier eine schöne quest die ich gerade machen bin und zwar knochen orakel kingsell ich okay ich bekomme sehr viele formeln und so zum herstellen von vitalität arznei und 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 so fort und so viel möglich keine ahnung und zwar ich bin gerade hier halbe stunde am farmen habe circa zehn fortschritt von 60 aufgesammelt wenn man hier sehen kann kann man nicht doch kann man zehn von 60 und das ging mir auf dem sack drum stand stehe ich jetzt einfach nur so rum und man muss eigentlich nur diese kleine oh nein oh nein oh nein oh nein ja easy ist immer noch da sehr schön ich sammle das vielleicht noch kurz auf und dann stelle ich mich auf meinen platz wieder oder hallo bitte ja easy und zwar ich stehe gerade hier die ganze zeit einfach nur rum und schlage so wild um mich herum weil kein bock mehr rumrennen wie gesagt halbe stunde bleibt vielleicht irgendwie zweimal schon drin gewesen und wirklich nur zehn fortschritt bekommen das ist ein bisschen peinlich vielleicht jetzt stehe ich schon seit fünf minuten hier warte bis der missgeburten kinder was spawnt und das halt ab ist das nicht gut dass er sich bewegen bewegt hat ich hoffe er wird sich da erstmal chillen okay passt schon sehr schön ja ist ein bisschen scheiße dass man so wenig fortschritt bekommen das heißt ich muss keine ahnung wirklich so fünf sechs sieben mal hier komplett alles klären damit ich überhaupt mal die die quest durch habe obwohl das vollkommen unnötig ist meine fresse man hätte einfach alle rezepte freischalten können und easy peasy aber nein man muss diese komische scheiße machen ich habe gerade in die 20 minuten so eine komische kaka gefahren bis sie die richtige kaka gefunden habe damit ich so einen trank herstellen kann aber ist ja auch egal beschweren kann man sich da eher weniger ich weiß nicht ob es jetzt noch was bringt ich bin wie gesagt hier video angefangen und halt nix gedroppt ja egal ich mache jetzt einfach weiter scheiß um scheiß drauf ist vielleicht auch ein bisschen zu laut aber juckt mich eher weniger also das in game sound meine ich ja keine ahnung also ich bin gerade so ein bisschen angepisst weil es einfach zu wenig fortschritt gibt und also fortschritt für diese quest ich dachte eigentlich ich lebele heute aber ich bin nach der arbeit gekommen und leider kein bock mehr gehabt für leveln dachte ich ja da gerade auch gerade keiner ohne ist der nicht mal durchziehen möchte oder beziehungsweise durchziehen kann er gesagt habe ich jetzt angefangen einfach hier die quest zu machen habe schon eine quest gemacht beziehungsweise zwei questen gemacht jetzt kann ich schon die steinchen herstellen an der kann ich nicht stimmt ich kann die grünen items zusammenfügen leute das ist schon mal was positives hatte ich werde gerade zerfestet hier sehe ich egal scheiß drauf bin ich noch in den arena nein bin ich nicht ich wollte eigentlich hier nur um chillen und dann wenn sie halt beschwören aber die machen ja auch damage unglücklicherweise hätten sie jetzt nur die knochen missgeburt nicht hier beschworen hätte ich einfach hier rumgestanden und dann so alle weggefistet warte wenn ich mich hier stelle kann sie mich dann nicht mehr treffen nein das kann nicht sein ja schade ich dachte ich kann so mit dem damage ein bisschen blocken aber leider nicht schade muss hätte ich einfach hier drei gruppen immer weg gefistet die die beschwören aber scheißegal ich mache jetzt einfach diesen run zu ende ist wieder mal ein pvp wieder mal wieder mal eine pvm pv folge aber in letzter zeit ist pv folge bisschen besser angekommen statt pvp folge woran kann es liegen weil ich einfach scheiße geworden bin also beziehungsweise von stets hier und so weiter kann man auch verstehen dass hier keine leute mich angucken und so aber bald bald ist das neue pvp update ist da ist da okay bald neue pvp update und dann ist eh scheißegal wie geil man ausgerüstet ist man wird einfach reingepimmelt in eine runde mit 55 egal ob du level 10 bist oder nicht alle haben die gleichen chancen das finde ich eigentlich relativ okay für die die jetzt nicht so geile sachen besitzen finde ich das relativ okay so wie ich jetzt zum beispiel besitze jetzt nicht so die geilsten sachen aber früher hätte ich das scheiße gefunden weil früher war ich da konnte ich mich auf jeden fall einer der besten vielleicht zählen zu einer der besten zählen da bin ich mir ziemlich sicher war jetzt leider nach dieser updates und so weiter nach dieser pause kann ich mich dann nicht mehr zu einer der besten zählen ist ja standard leider aber ist ja auch scheißegal ich versuche jetzt wie gesagt diesen fortschritt hier zu machen meine gemeint pvp kürten sie folgendermaßen hat sich quasi nichts geändert und ich weiß der matze der und zwar der illusion wird mich durch festen weil ich hier die sachen wo sind die runden die runden sind irgendwo hier versteckt wenn ich mich hier oder hier sollten welche sein nein 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 wo habe ich die runden reingeballert weiß ich nicht mehr hier habe ich zwei runden drin und drei habe ich ihnen was mit einem intro passiert wie meinst du das der jungen ich weiß was der ramses hieß woher kommt der ursprüngliche jungen also ja ok ja 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 ich benutze es nicht mehr das intro kein bock da stehen die feinde übrig in welchem sinne ich wie gesagt oh lol da kann man zweimal sogar was ernten beziehungsweise fahren das finde ich nicht schlecht das war doch episch naja episch ist seiten an was kann ich den ich hier noch das ist auf der anderen seite oder was das ist auf der anderen seite ja nur die oldschool leute benutzen intro mäßig ich glaube heutzutage benutzt eh kaum wer so intro kann ich da nicht rum springen blöd du hundesohn alter auf jeden fall bin ich mir irgendwie ich bin der meinung dass intro jetzt ein bisschen überflüssig ist in dem sinne darum das alte mikrofon war auch gut hä wie meinst du mit alter mikrofon finde so diesen mikrofon besser schlechter als das an alte what the fuck alter dieses hier ist schlechter wie meinte das what the fuck alter ja ich bin gerade auch ein bisschen überfordert wir haben jetzt gerade 23 schuhe darum kann ich noch ernten easy peasy wir haben gerade 23 oder 24 beziehungsweise 24 beziehungsweise schon 0 uhr glaube ich level level ach so ich habe mich lustiger angehört ja wow wenn ich hier so die clown oder was ich mein wirst du leben sorry ne ich leider nicht ne digi danke fabs auf jeden fall danke für den vorschlag zu leveln ich pre-share sehr 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 aber ne nein danke digi ich bin am questen und gehe gleich auf wap wie gesagt nur zum questen da und und ja wie gesagt ich bin gerade nur online gekommen heute den er das erste tag oh da ist eine kleine note drin oh mein god das ist ein kind ok nevermind ähm oder ramdam war bestimmt ägypter nein ich glaube nicht der ramdam war nicht ägypter der war ähm keine ahnung ich glaube der war deutsch wenn ich mich irre hat einfach nur sein namen so gewählt keine ahnung so anscheinend ist hier nix mehr nur hier ist anscheinend nix mehr ja gut dann gehe ich mal halt nochmal rein und raus ich denke mal ist besser in dem sinne ich weiß nicht obwohl ich könnte ja eigentlich habe ich alles voll naja habe ich nicht ne ich gehe jetzt einfach nochmal rein ähm wieso kann ich nicht achso ja stimmt warte ich gehe mal kurz auf die auf die erste stufe die ähm die 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 dinge sind mir eigentlich scheißegal die mob sind dann hier was die quest navigation hat echt jetzt ich muss echt rein und raus oh mein gott alter fickt euch man was ist das man ähm mein pc ist ja komplett am ausrasten was geht denn hier ab alter ja ich gehe dann trotzdem auf schmerzhaft nö ja ist egal von äh schwierigkeit her ist jetzt nicht so der große unterschied und schaffen tue ich das so oder so auf jeden fall äh grüße gehen raus an ash114 anscheinend kennt er sich komplett gut aus mit meinen alten videos ähm auf jeden fall ehrenmann hätte ich jetzt nicht erwartet dass jemand nach zwei jahren komplett alles fast auswendig kennt was ich ihn äh letzten also in der letzten kanal 10 15 videos da äh von meinem letzten dings wo es da gemacht hat er die vor kurzem erst angeguckt und so oder keine ahnung also auf jeden fall grüße gehen raus digi dankeschön dafür und naja so schauen wir mal wie viel ich jetzt fortschritt bekommen werde ich wollte eigentlich nicht so eine große folge machen ne ich mache jetzt nur ein bisschen so hälfte von der map klären hätte ich eigentlich zu so einem boss gehen können ist hier kein boss alter weiß ich nicht mehr sind zwar so quest dings marka aber keine ahnung ich doch da war doch ein boss ne ich hätte theoretisch zu dem boss gehen sollen lol egal scheiß drauf ich meine ist ja latte äh geht ja nicht darum um den boss zu machen ich meine der droppt ja eh der ist nix gutes ne die zwischenwelten droppen da viel viel mehr so ich mach mal kurz hier leute sammeln hier kannst du auch schon ein paar mal beschwören du missgeburt hier kommt hier alle hier 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 ein bisschen wutschrei keine ahnung die hätten das aber besser machen können theoretisch so kommen gibt mir ein bisschen mehr fortschritt also ich habe jetzt im bock endlich mal steine zusammenzufügen und soweit ihr seht euch das mal an ich habe keine ahnung bleibt 45 kleine 46 kleine 16 kleine hier 45 kleine hier 11 und so weiter und so fort hier oh ich bleibe ich sterbe ja what the fuck oh lol das geht auf jeden fall richtig steil mit dem fortschritt und sogar ein steinchen gruppen nice nicht schlecht ich glaube ich stehe hier ein bisschen rum weil sind drei wow ok hätte ich jetzt nicht erwartet ich 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 chill mich hier ein bisschen vielleicht kann ich ja dadurch ein bisschen den fortschritt ercheaten sage ich mal so nehme auf morgen grüße gehen ich bekomme schon ein bisschen der mensch aber es habe ich mir auch ein bisschen jetzt ablenken lassen komm jedes mal wenn ich sage es geht steil mit dem fortschritt geht es nicht mehr steil mit fortschritt oder was warte ich sammle mal die scheiße auf vielleicht geht es ja dann besser ich habe jetzt 17 von 60 ist lächerlich alter wie macht sonst 60 fortschritts zucker weiß man im scheiß quest man den man eigentlich nicht braucht blätter aber man muss den quest machen damit man überhaupt weitere rezepte bekommt und so man was ist das hier man jetzt habe ich einen von diesen missgeburten umgebracht jetzt beschwört der nicht mehr egal egal seit wann äh keine ahnung seit wann ähm hä äh 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 naja so weiter geht's jetzt der hat Angst die man hey wieso wird das jetzt da oh mein Gott wir sind keine menschen gebunden wieder jetzt angezeigt Qualität quest macht oder was ja aber wenigstens alles was sie geschrieben habe nein nichts was man befürchten kann alles gut hätte ich eigentlich ausblenden können theoretisch mal etwas privates muss man nicht unbedingt im video an einblenden ist ja kein problem wie ihr sehen könnt wie gesagt ja war er bestimmt auch den audiener nein alles gut so kannst du hier weiter auf video wie gesagt nicht umbringen nicht umbringen wie gesagt so hier sind vier stück jetzt sollten eigentlich einige beschwören seien sollten sie eigentlich im fall jetzt habe ich den kleinen missgeboten umgebracht der herzchen bleibt glückwunsch zucker na beschwörte jetzt was easy kommt ich will fortschritt haben ich weiß nicht probiere das gleich jetzt kurz noch bei zwischenwelten ob ich da diese knochen droppe stimmt ich hätte hier sofort gehen ich weiß nicht ob es jetzt nur bei der kaserne kaverne keine ahnung wie die scheiße ist droppt oder bei q1 ich mache jetzt eine runde q1 beziehungsweise nur den kreis keines nicht kompletten q1 ja ich weiß ich gehe euch auf dem sack mit diesen q1 sachen aber juckt mich eher weniger so schauen wir mal eine runde q1 ob ich die scheiße droppe oder nicht wird man ja eigentlich theoretisch sofort sehen aber ich denke nicht ich gehe mal auf mode 1 natürlich schmerzhaft weil sie solo und so ich bin bei soja 47 schon ich glaube habt ihr auch beim letzten video gesehen wenn ich mich nicht höre nicht so heißen die auch nähe flammkulldiener nähe die heißen anders okay er hat sich eigentlich schon dann geklärt theoretisch dass man hier nix droppt von den fortschritt was ich eigentlich brauche weil die heißen komplett anders und ich denke mal die anderen auch nicht den fortschritt ne ja ist egal ich mache dann nur die erste map hier und dann beende ich das verfickte video leute ich weiß ich weiß ich weiß ich muss schneller 55 werden damit ich euch mehr content liefern kann man aber ich hoffe ich kann das überbrücken mit anderen spielen ihr wisst ja bescheid ne ein spiel was anderes ein spiel dracken sagen bzw ein video dracken sagen ein video was anderes also er bitte da nicht böse auf mich sein also sogar sind hier spezielle monster die werde ich glaube ich sogar gleich auch bestören aber offscreen hier der hund heißt lucky by the way ist mein persönlicher diener hier der mir ein bisschen xp gibt und seinen arsch hier zeigt wenigstens wurde ein arschloch ja sogar ein arschloch wurde gezeichnet bei dem nice so leute das war es jetzt mit dem behinderten video ich weiß das ist behindert ist mir aber latte weil es mich nicht juckt so haut rein viel spaß beim zocken ich habe also 100 kaka what the heck bled so grüße gehen raus an die pyramiden okay pyramiden meint er bestimmt und tschüss und tschüss